Ja geh mal rein. Du musst die anderen beiden mit dem Denk dran, ne? Du willst sie hier stehen lassen. Ist das zu dir jetzt? Ich wollte aufs Dach mal gucken, wie's alles ist. Okay. Das kriegen wir gleich in Ruhe an, wenn ich flieg. Ja, das ist...ja. Bist du schon runter? Da unten bist du. Deiner Wurst. Da liegt die... Hat aber auch gedauert, ne? Wir wollten TNT, um diese Stein hier vorne wegzumachen, ey. Und ein Bagger. Ja. Um das zu begraben. Der ist betäubt. Was? Wer? Jeder Vogel. Äh, lol. Ja, dann... Fall gehen doch was rein. Warum auch immer du jetzt einen Vogel da betäubst. Weiß ich auch nicht. Mit kleiner Piepen hast du da was. Du willst ihn als...ja. Okay, ja. Kann man glaub ich nicht auf die Schulter setzen. Da hat man auch vor dir auf die Schulter. Nicht so im Kopf, ne? Hä? Mhm. Ich freu mich nur, wie gesagt, wann hier die Dinger... Also, ob die wieder neu kommen. Weil das ist ja ziemlich großes Gelände. Ja. Hoffentlich und fertig. Oder ob wir irgendwo Gebäude reinsetzen müssen. Oder Bauten oder so. Aber wir hätten auch theoretisch nochmal losgehen können. Halbwegs. Und uns überlegen können wir ihn im Turm bauen, ne? Ja. Ich hab nen Vogel auf der Schulter. Ja, das ist super. Das kannst du mir gleich zeigen, äh... Wenn ich Olaf geparkt habe. Äh, na. Hallo? Ich bleib doch mal da drauf. Nein! Die geht zu, die Tür. Ja, weil er irgendwie hier grad Probleme hat. Warte mal, ich mach wieder auf. Ja, mach mal. Da hab mir grad Probleme hier. Aua, aua. So, unsere Spitze lässt hier. Demnächst habt ihr ganz viel Platz für euch. Uh, au, au, au. Huh? Okay. Oh, ich krieg alles raus. Schön. Point. Ja. Schitte. Ähm. So. Wo ist der Vogel? Ja, auf der Schulter. Oh, der ist ja richtig klein. Was ist das denn für einen? Hier steht er wieder los. Alter, ist er zickisch oder was? Weiß ich nicht, wie du denn wieder los wirst. Hihihi. Musst du ihn überhaupt füttern? Ja. Äh. Äh. Was hat der gekackt? Was hat der gekackt oder was du das? Ne, ich mach sowas nicht. Jeder kackt. Was? Feigen das noch kommen. Kyoshos Vogel, Level 1. Wo bist du hin? Hier an, hier an den Brettsnapf. Was für den Vogel? Warte mal. Kann ich den irgendwie hier anklicken? Ne. Hm. Ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, wie du es machst. Unter I wahrscheinlich, oder? I. Und dann hast du vielleicht oben hier Zebengruppen? Ne. Was sind denn Zebengruppen? Okay. Hm. Null. Ja, ich seh den hier auch gar nicht. Wow. Okay. Ja, guck mal, bis zum Inventar. Ja. Ähm. Wo hier links das Feld ist, ne? Da steht da oben Inventar und Herstellung. Ja. Und oben drüber bei Herstellung ist hier bei mir ein Feld mit einer 1. Ja. Und rechts daneben, keine Ahnung, da geht irgendwie ein Pfeil runter. Ja. Wenn du da drauf blickst. Persönliches Inventory. Ja. Und sagen wir mal Dünger. Ja. Das sieht man jetzt, wo man überall Dünger hat, zum Beispiel. Äh. Elektronik haben wir dann gar keine praktisch. Öl. Schießpulver. Faser. Ja, wie siehst du das? Du siehst Struktur, Holzkohle plus Latsch. Achso. Okay. Schwarzpulver, Schrank und da. Okay. Okay. Ja, aber was bringt uns das? Das hat ja nichts mit dem Vogel zu tun. Nee. Okay. Okay, cool. Okay, gut. Ähm. Was ist denn das andere? Nee. No items selected. Okay. No items selected. Okay. Okay. Enagram Punkte. Ja, dann. Hast du den wohl, ne? You need to select an item. Was für ein item muss ich denn selecten? Hier? Dann? You need to select an item. Wenn du da oben anstößt. Wer auch nicht. Hm. Hast du noch drauf? Ja. Vielleicht musst du, vielleicht musst du Pfeifen, wenn du ein Pfeifefehl machen. Ja. Ist er jetzt? Nein. Jetzt hat nicht stehen. Ich sag ja, guck, vielleicht musst du mir ein Pfeifefehl machen. Das heißt, ich, äh, auf den Boden setz. Oder du brauchst so'n, 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 so'n Papageienstock da. Keine Ahnung, wo die sich draus setzen können. Ich könnte mein Fernrohr hinhalten. Ja. Das, äh, bringt viel. Die Frage ist, ab wann kippt man so'n Vogel? Ab welches Teil könnte er sein? Aufheben könnte ich klicken bei dem Vogel, aber... Ich kann's nicht wieder absetzen. Tja, vielleicht brauchst'n Spiegel. Äh, was ist denn das jetzt? Was? Wenn du Z drückst? Ja. Z? Dann bekommst du grüne Pfeile hier. Ja, dann werden alle deine Tiere kurz angezeigt, ja, ja. Dann weißt du, wo die sind. Damit du weißt, ach, da hätten wir auch den einen Vogel und Fisch wiederfinden können. Ja. Gibt Fisch jedenfalls. Oh Gott. Ja. Warte, sie da bleibt? Ah, ok. Ja. Leben gemacht, ne? Ne, Ausdauer. Oh. Brauch' mal alles. Scheri-Krieg-Leben. Ja, aber die ist ja schon das letzte Mal fast gestorben. Aha. Der war auch gar mal 500. Mei, 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 mei. Wie mach' man doch nicht, Mensch. Persönlicher Besitzer Kiosk, du hast schon wieder hingekackt. Boah. Da. Weil jetzt ist weg. Das war der Vogel. Nein, der hat draußen hingekackt. Und der hat einen größeren Haufen gemacht, der hat einen größeren Haufen gemacht als er selber. Komm mal, vielleicht will ich mich ins Bett legen. Das geht um in der Nacht. Leg dich hin. Ne. Leg dich mit. Das gilt's euch doch mal. Das war ein Problem. Warte mal. Aktionen. Steuerungen. Pfeife. Mein PC angreifen. Alle neutral, falls ich diese Befehl für gezähmte Dinos hinzufügen, entfernen. Keine Ahnung. Dino Luftbremse. Was? Geht da hin. Alle aggressiv. Alle gehen folgen. Ne. X ist hinlegen. Komm, wir tun ihn in den Kühlschrank. Hast du denn irgendwann? Hast du denn irgendwann? Ne. Tja. Hast du einen neuen Freund auf der Schulter? Ja, dann habe ich jetzt einen Vogel. Ich bin doch schon wieder. Biss. Biss. Biss ja irgendwann verhungert wahrscheinlich. Oh Gott. Der Arm ey. Siehst du den Namen irgendwie? Ne. Dreh mich mal. Ne, ne. Ich sehe keinen Namen. Ach, gibt's doch nicht. Ich kann doch nur bei dir. Du bist nur Kiosk. Tja. Jetzt sind wir die Stämme drum gespielt. Ja. Schon doof, oder? Ja, ja. Komm mal mit hier. Zeig mal auf. Der ist ja auch mit dabei. Was? Der ist mit dabei. Das ist prima. Das sieht aber auch nice aus, wenn da keine Lücke zwischen ist. Ja. Obwohl das hier hinten echt schon ein Monsteriös ist hier auf der Seite. Da soll ein Dino kommen ey. Null Chance. Null Chance ey. Ähm. Ja. Das ist glaube ich auch weit genug, ne? Ja. Ja. Jetzt sind wir auf meiner Schulter. Ja. Weil da fliegt so ein Vieh noch. Ja und? Ne, das ist auch schon in der Schulter. Ne. Ich möchte erstmal keinen. Erstmal möchte ich keinen. Nein. Ich könnte ja versuchen runter zu schießen. Aber das ist jetzt hier wieder rein. Guck mal. Guck mal. Ist das hier richtig gemacht? Ja. Ja. Gut. Dann hoffe ich mal. Ja. Dann müssen wir eigentlich noch ein bisschen jetzt gucken, dass wir die Tiere mal wegkriegen. Die noch hier drin sind. Ja. Ich glaube wir müssten erst mal was bauen, damit die nicht mehr spawnen. Was ist das denn für einer? Achso. Das ist nicht so ein Spuckerhagen als anderes. Ne, ne. Das ist was anderes. Das sieht aus wie ein Hund da. Ja. 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 Das ist auch so ein Vogel. Das ist sie? Die sind viel grün. Das sieht doch viel kleiner bei dir aus. Boah. Pfeif doch mal. Dein, dass sie angreifen. Den Vogel da, den kleinen. Äh. Dann müssen wir auch mal ein Stückchen weg gehen. Nicht, dass der... Ich glaube nicht, dass Olaf kommt. Dass die Antwort. Ne. So weit geht dein Pfeifen glaube ich nicht. Wenn ja merken wir, ist ja los. Okay. Siehste? Okay. Oh Gott. Ich mach mal schnell tot. Oh Gott. Ja. Ich will seine an der Mauer. Alle nicht. Nur? Ja. Nur die drei. Okay. Aber hat sich dadurch auch nicht bewegt. Also ist er faul. Ja. Ruhig komisch. Also der kann glaube ich nichts. Es ist einfach nur Deko Zwecke. Äh. Ich hab gar nichts gedrückt. Ich weiß auch nicht was da passiert ist. Pack die mal zurück. Die machst du gut. Wie nennst du die denn? Wen? Dein Vogel. Kleiner Vogel? Kiyoshos Vogel hab ich bis jetzt. Okay. Ähm. Nachdem du gebremst hast ist die Kacke vorne runter gefallen. Auch nicht schlecht. Okay. Weil du hast oben drauf gekackert. Weil du hast oben drauf gekackert. Oder ein Vogel. Dann lag das drauf. Und als du stehen geliebt bist ist es von der Plattform runter geflogen. Ja. Ja. Ja sonst müssen wir uns überlegen vielleicht. Dass wir gleich nochmal einen Turm bauen. Was du schon mal sagtest. Ja. Oder vielleicht weiter hinten ein bisschen. Vielleicht zählt das dann ja schon mit rein. So ein bisschen ne. Ja. Dass da schon was gebaut ist. Und sonst müssen wir uns überlegen wie wir das machen. Dass das äh nicht mehr besiedelt wird. Und wenn es ganz schlecht läuft. Äh. Ähm. Müssen wir eine Mauer drum herum bauen. Aber das glaube ich nicht. Alter das wäre hell. Ne das machen wir auch nicht. Das dauert viel zu lange. Da sind wir Wochen bei. Da sind wir. Äh. Was? Was? Achso. Keine Ausdauer mehr. Hups. Es hatte keine Ausdauer mehr. War richtig krass. Sherry. Bist so lange geflogen. Irgendwie ja. Kann man gar nicht so lange flogen. Ja gut. Sonst lass uns doch hier für heute Feierabend machen. Wir haben das jetzt so weit fertig. Drück du mal Doppel E und F. Guck mal auf den Vogel. Mal Doppel E und Mal Doppel F. Ich kann noch 30.000 mal E und F drücken. Da passiert nichts. Ne gell. Ne. Warte mal. Komisch. Aua. Okay dann kriegst du Schaden. Ich hab extra auf den gezielt. Ja. Doch. Wirklich. Obwohl der blutet. Oder ihr blutet. Keine Ahnung. Gut dann lass uns. Dann lass uns beim nächsten Mal weitermachen. Gucken wir das wir dann vielleicht irgendwas anderes. Neues rangehen an die irgendeine Sache. Und äh. Müssen wir mal gucken wie wir unser Gelände dann gestalten. Ja. Dann komm runter. Der Vogel bleibt draußen. Tiere haben hier nichts. Welcher Vogel? Von den zwei. Nein. Naja. Du bist der große Vogel und er ist der kleine Vogel. Ja. Ja. Kommt immer mit. Ja. Toll. Er hat so einen hässlichen auch noch. Der ist hübsch. Hast du mal den Kopf gesehen ey. Ne. Wie soll ich den sehen. Da kann mein Kopf nicht so rum. Ja. Dann weiß ich auch nicht warum du so ein Tier haben musst. Ja. Das sah süß aus. So. Jetzt sagt Tschüss. Das bereden wir gleich noch nachher. Tschüss Vogel. Tschüss Zuschauer. So liebe Freunde. Das war es dann mal wieder heute. Mit ein bisschen kürzeren Ausgabe. Und wir sind aber soweit durch jetzt was Neues anzufangen. Es ist Quatsch auf der einen Seite. Deswegen passt das so wirklich ganz gut. Wir haben die mal fertig. Habt ihr gesehen. Wir wollen auf jeden Fall nochmal irgendwie einen Turm oder zwei Türme setzen. Irgendwie sowas nach. Damit wir nach Hause immer gut finden. Und wir müssen dann gucken wie wir das wegkriegen. Dass die Monster. Also nicht Monster sondern die Dinos die ja nicht uns gehören. Da aufhören auch zu spawnen. Dass wir auch unsere Auslaufgehege dann ein bisschen da draußen. Schön machen können. Vielleicht kommt auch noch was anderes hin. Wenn wir mal gucken. Dann haben wir auch platztheorisch um die Bude hier nochmal zu erweitern. Wir können nochmal ein Gewächshaus bauen noch irgendwo hin. Das ist aber alles mit Modikalverbrauch. Das ist nicht wenig auf jeden Fall. Ich hoffe auf jeden Fall hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Uns hat es wieder riesengroßen Spaß gemacht hier rumzudüddeln. Und einen Vogel auf die Schulter zu setzen. Tolle Idee. Und ich danke euch für eure Treue. Abos, Likes, Kommentare. Alles was dazu gehört. Danke, 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 danke. Wir sehen uns in den Livestreams. Habt einen schönen Tag oder Abend. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Skupp. Vielen Dank.